Ich habe nie richtig dazugehört. Ich bin zu groß, zu stark, zu anders, sagten sie. Auf meinem Board war mir das egal. Das Gefühl, völlig frei zu sein. Nur ich und die Wellen. Und genau so sollst du dich auch fühlen. Denn es ist gut so, wie du bist. Seid mit mir, Peloton! Zusammen fühlen wir uns richtig gut. Selbstbewusst, selbstbestimmt, in jedem Kurs. Mit einem Strahlen im Gesicht. Nicht, weil es von uns erwartet wird, sondern weil wir es wollen. Ich bin Mayla Wedekind und ich bin deine neue Peloton-Trainerin.